und auf jeden fall die wird die wird die wird gut noch zu tun haben die frau ich habe das antriebe ich habe getan was ich tun musste ein bisschen schon neuf du bist wirklich ein Stück von Arbeit ich hoffe jemand mit Plägen spitt in deinen Brink also bist du hier einfach um mich zu sterben oder was? bitte wandere um touch things ich bin extrem beeinflusst ah ja stimmt den haben wir ja beklaut ich habe meine eigene Haare aber Conrad zahlt wirklich gute disinfektante ich kann nicht möglichen jemanden Haare in der Nacht ich würde gerne ein paar Fragen stellen wir können uns jetzt nicht begeistert mit diesem Ort zu sein Edgewater ist gut für mich ich kenne mich selbst privilegiert hier arbeiten ich will nie arbeiten, nicht seit die Pläge begonnen was sind die Symptome? Fever, Chills, Fatigue, Aching, Vomiting, An excess of Phlegm eine Tendency towards Belly Aching warum behandelt ihr nicht alle eure Mitarbeiter? company policy friend we don't have enough medicine to treat all of us so we treat the best among us das ist ja wirklich nature is monstrous friend and this plague is natural selection at work naja Conrad, Brief von Phyllis was im Sinne ist hat sich erschossen er ist schlecht die Firma ist das so sehen es ist der Stirn von Smitherscheuze Firmagentum Eugene war ein Aktivpost und irgendwann musste seine Leichengebühr zahlen das würde uns ruinieren also dachte ich er verkauft meine Zähne Eugene hat seinen kompletten Satz geholtener Zähne bei mir im Bestück oder so du kümmerst dich um den Leichnam oder? nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus er verhökern die Zähne still und heimlich da mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren was sagst du dazu? schreibe schreib dich zurück read am besten gar nicht also red am besten greif mit mir gib mir einfach ein ein geheimes Zeichen wenn du das nächste Mal siehst wag damit den Augenbrauen weiß die Leich als die Leichne die leיתern wird ska auch zum messedopfen die Leichne sino eingesperrt ernsthaft also da sie sind grausame 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 welt sagen also wirklich wirklich ist gerade alles eingefallen dass ich erledigen muss gut ja gut dann gehen wir zu einem schiff und haben wir alles aber es ist schon eine kasse quest und sagen da einfach so eine entscheidung zu treffen aber gut wie hat auch übelst verdient finde ich aber gut natürlich die menschen aber ich glaube dass es vielleicht so dass ich weiß nicht besser ist im nachhinein auf lange zeit gesehen jetzt halt nur als sklaverei weiterhin gewesen mein biet wollte wohl wollte ja kein menschen helfen wie wir von ordnerin gehört haben haben wir einfach nur grausam ist er würde ich bestraft war damit auch andere aber das mara der territory freund er weiß ich kann wer weiß ich kann finde aber ich bin jetzt hoff und Kapitän da ein Unreelable Ich möchte ein bisschen Geld verdienen so lange ich hier bin Die Gebühren, die man dir Schuld eintreiben, ist kein Problem für mich Du wirst die Leute für ihre eigenen Geräte bezahlen Wieso treibst du die Gebühren nicht selbst an? Quotas, meistens Ich habe eine Nachfolge von Graves zu füllen Die Körper werden sich nicht verraten, du weißt? Na gut, ich treibe deine Gebühren für dich an Vier Arbeiter haben noch nicht bezahlt Phyllis, Conrad, Ludwig und Martin Abernathy Das ist ein spezielles Fall Du möchtest, du möchtest seinen Arm ein wenig Wie ist Abernathy ein Sonderfall? Er ist einfach Schau, ich will nicht in die Richtung Mach sicher, dass er Geld verdient Oh, ok Äh, äh Wo kann ich diese Leute finden? Conrad hat eine Barbershop in der Stadt Phyllis arbeitet an der Kannerie für die meisten Stunden Abernathy Ich habe ihn in ein paar Tagen gesehen Seine Gäste ist nahe der Kannerie Du findest ihn in der Stadt Alles, außer Ludwig, das ist Er ist über dem Lendenpad Wann auf was, was ich dich fragen wollte Die erstellt was einiges in den Argen liegen Wenn du zu viel zu tun hast Hast du dir keine Sorgen, dass du krank warst? Wie lange bist du schon Juniorbestätten der Totengräber? Was auch immer? Hang on, I'm doing some math in my head Uh, 20, 30, Harry the one Uh, all my life Work's been real good to me Fresh air, exercise Only problem is the paperwork Can't get anybody to pay their gravesite fees Habt ihr viele Leute an die Printerer verloren? Former people, yeah Marauder's been raiding my graves, you see Hence the armed guards Worauf sind die alles Beute? Oh no They are after the most precious loot of all Spacer's choice company property If those Marauders swipe anymore bodies out of my cemetery The company's gonna duck my pay Mhm Gut, okay Ähm Ja Ach Äh, stimmt, dann machen wir erstmal den Außen und dann geh ich da rein Ähm Ja, oder wir gehen erst da rein und machen dann außen Wir können gehen erst da rein und machen dann außen Weil sonst Das müssen wir zweimal laden Gott Äh, was ist denn ein ekliges Viech? Hm, 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 hm Was ist denn das? Was ist denn schweiß? Was ist denn das denn erfunden, ey? Gut Äh, ja, gut Das war nicht bald Weißt du, guck mal Ah, schon strom abgezapfen ist nochmal hier Hingehen und Please wander around Touch things I'm awfully contagious I'm awfully contagious Ich bin ja bei den Elgabgebühren einzuträumen Silas knows, doesn't he? That's why he sent you That's why he wants me to pay up He knows Here, take my fees I'm never getting met in medicine So I may as well buy myself a grave Something nice and wide With plenty of room to spin around inside What are we supposed to do now? What are we supposed to do now? Here, take the fees Here, take the fees I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment Your Gubernante sind nicht, sind nicht in deinem Namen oder Zeiten Because they're not my fees and not my gravesite Guy I worked with shot himself, I paid the bill Nice of you I could do without the sarcasm Was it acting out of the goodness of my heart Okay Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased parties closest living relative which meant me Shame though Eugene was a good worker Du meinst der Typ hätte sich selbst erschossen? Der Typ hätte sich selbst erschossen? Was hart seine Familie zu verlieren Eugene was in family So Ich frage gerade, dass du wärst ein sein nächstliebender Verwandter gewesen? Ja I was the closest living person relative to his body at time of death I'm the one who found him, you see? So I pay the fines Suicide is a crime The legal term is irreparable damage to company property What Eugene did to himself was vandalism Achso Was, äh, was wollen sie machen? Seine Leiche verhaften When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice Er, er war ein Mensch, kein, kein Gegenstand Well, excuse me I'll have you know, Eugene was an asset to us all May his Adams be commanded to the law All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees Which means he was approved for burial Which means his papers went through Which means the towns and the clear I'm just glad to put this whole ugly affair behind me Eugene can rest his bones in peace And the rest of us can get on with our own lives Ah, okay Also noch die beiden Are we getting paid or not? Any loss of products? No, no No, no 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 Good No Good ok hat sich mehr da draußen warte ich an dem äh da machen wir mal Conrad gut Conrad Conrad da Conrad Sedic na gut von Pop deswegen können wir hier noch ein paar Gelder einschreiben alter ist aber schon echt eine brutale Welt muss man schon sagen also es hat ja viel Schönheit diese Welt aber und dann wird sie täuscht eigentlich müssen da ist die artiste der friseur mann einmal grab geld mit ziehen ne du klingelst du keine ahnung von der materie mit medizin kenne mich auch ein wenig aus dafür müssen wir den Begriff art schon etwas weiter fassen ich bin ein spacer's choice certified surgeon und if you must know I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene silas hat mich geschickt mit der an den schultern zu treiben das heißt du bist pleite als broke as pie crust friend bidless indigent destitute ich kann es einfach nicht afforden ich bin ein blemisch an der prosperität das ist wenn ich auspire ich expecte silas zu toss mein Körper in die ditch er wird wohl schon was für die musik dieser werte fassen i have to be if only to prepare myself for my inevitable dressing down at the hands of corporate tell silas i can't afford to pay and that i fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction with my apologies augenblick behandlungsrechte der silas doch einfach entschulden and that's not a bad idea but i'd meet some kind of collateral my pair of lucky clippers now i won't do your idea intrigues me but i'm afraid i don't have anything to give silas i'm open to suggestions das ist mit eugenians gold sind Ich habe einen Namen von Phyllis geentdeckt. Er wird sie sicher nicht vermissen. Ich kann mich nicht sagen, dass Silas ein Mann zu spazieren und ein paar Teile von seinem Jaw zu spazieren. Kann ich? Uh, Sie sagen rhetorisch? Weil, wenn Sie ehrlich sind... Gross. Desperate Measures, Frau Holcomb. Desperate Measures. Ich werde mich zu fragen, Silas zu spazieren. Das ist die einzige Art von mir zu spazieren. Sind Sie sicher? Ich bin sicher, dass ich keine andere Wahl habe. Hier bist du. Gravesite-Papier sind mit meiner Signatur und einem IOU. Eugene war nicht ein Suizid. Er legte ein Blut in seinen Gehirn, ja? Aber das ist großartig eine Technikalität. Ich war derjenige, der Eugenes Körper vorbereitet hat. Ich habe Symptome der Pläge auf seinem Körper gefunden. Und, ich habe eine Medizin in seinem Herzen gefunden. Viele Medizin. Eugene überdose auf Adrenatime. Das ist bekannt, dass Psychose und Paranoia als mögliche Vor-Effekte erzeugen. Die Paranoia hat ihn auf seine eigene Leben gebracht. Also musste die Stadt keine Strafe bezahlen. Okay. Aber es ist schon krass, wenn du dich selbst umbringst, dann müssen andere verblechen. Das ist schon irgendwie eine kranke Welt. Das ist so übelst krank. Aber es ist wirklich cool gemacht, das Spiel. Ich mag auch dieses Moralische. Das ziehen sie ja durch, ne? Das ist halt auch immer wichtig, wenn man bei Computerspielen. Dass man durchzieht. Also das ist wichtig. Ich hasse es. Das Spiel nicht durchziehen. Wenn das Spiel immer noch was andeuten. Das ziehen wir dann nicht durch. Das ist nicht gut. Das würde ich durchziehen. In jeglicher Art. Diese moralischen, moralischen Konsequenzen. Oder auch was man so hört. Diese moralischen Sachen. Weil du bist ja voll unmenschlich. Ich finde das toll, dass sie es auch richtig durchgezogen haben. Das gefällt mir eigentlich am besten am Spiel. Hallo. Und die Grafik. Die ist auch gar nicht. Ja, hübsch. Und dann wird das dann. Hübsch. Ah, ja. Na, Ludwig. Miller. Es war jetzt schon kalt. Es könnte ein Mechanischer sein, versucht uns zu sabotieren. Entschuldig. Ich hab mich geschickt und du schuldest ihm den Kap gewinnen. Ich hab Silas gesagt, dass ich meine Geld bezahlt habe. Wenn er bereit ist, um die Resistenz zu sein. Ich glaube, das bedeutet, dass er endlich die Kallung gehört hat. Wer ist der? Und er bittet um einen kleinen Vier-Beitrag. Um den Vierstand mit Anti. Oder Spall auszurüsten. Mechanischer Rebellant. Ein Struck von Inspiration von der Law selbst. Hier. Ich habe ein paar Beispiele für nur so ein Projekt. Danke. So. Du, 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 du. Ich habe eine Aufgabe abgeschossen, Salas. Oh, nette. Nette, nette Missione. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich habe bald... Alter. So, dann kann er sich glücklich schätzen. Von wem sprichst du da, Silas? Es ist gut, dass du dir selbst gefragt hast. Mein Vater ist hier buried. Silas schaut nach. Und wenn ich... Wenn ich nicht das Haus... Tut mir leid, Pavardy. Oh. Well, danke. Was kann ich für dich tun? Ja, ich sollte dir helfen. Oder hast du mir vergessen? Wir müssen über Eugene sprechen. Ja? Was über ihn? Ich habe einen Brief an Phyllis gelesen. Daran stand... Dass ich nicht die drei Goldzähne ausgegeben hätte. Ja. Funny thing. Eugene's body ain't where it supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought... I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints near by suggested that Eugene was stolen by Marauders. Or he rose from the dead. Hm. Hält er meine Augen offen. Let me know, if you find anything. Ja. Hey, wenige Gebühren, die du wolltest. Are you running into any trouble? Also lege ich Papierkamm, Gebühren umgeschriften. Reliable work from a Freelancer. That's gonna take some getting used to. Ich hab mir für dich den Arsch aufgerissen, ne? And I'll buy you a drink sometime. Ich hab dir eher an harte Behrung gedacht. Ich glaube, du hast es gewöhnt. Eine gute Runde verdient eine andere. Amber Matthew wollte seine Krankheit... ...verheimlichen. Aber Matthew war sick? Mit der Plage? Das ist wunderschön. Ich schlug die Hand mit dem Mann. Genau. Dasselbe, dass er mich geschickt hat, seine Schuld einzutreiben, dachte ich... Ich brauchte seine Schulden, wegen seinem Namen. Hey, für Abernathy. Er war am Anfang meiner Liste, du siehst? Ja? Das ist irgendwelche Neuigkeiten von The Hope. Das Kolonierschiff? Was sagst du über diesen alten Ruhm? Einen großen großen Stahlschiff, mit vollem Kolonisten, die in der Aether nicht mehr gefunden wurden. Ich hab das nicht gehört, seit ich war nur ein Stripler. Ich kann nicht sagen, es war sehr überzeugend, wie die Ruhmungen gehen. Ist da eine Grund, warum du fragst? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich würde es heißen, dass wir es einfach vergessen haben. Ich hoffe, es ist nur ein Ruhmung, Freund. Ein älter Ruhmung. Vielleicht hast du auch noch lange im Sonnabend. Warum gehst du nach der Kantine? Ich verstehe es einfach nicht. Die Kolonierschiff erwartet. Schau, ich weiß nicht, was du Katawahl hast, und über die Hoffnung, das und die Kolonien, das, aber du musst stoppen, oder es wird Probleme geben. Wie sollte eine böse Fräule zum Problem werden? Troubles in der Asking. Oder nicht viel vorbeigte Folgen laufen in ihren Mauten, spüren Huxer und so. Frankly, neither do I. Was kann ich für dich tun? Ja? Gut, dann haben wir ja auch alles gefragt. Dann gehen wir tschüss. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt zu einem Schiff. Ich habe, ich werde mich hier ja mal jetzt verpassen. Ein paar Worte, du würdest eigentlich hierbleiben, oder? Ich glaube nicht, dass du mit mir mitkommen willst. Ich kann es gar nicht machen. Du störst ja nicht. Ganz klar mitkommen. Du hast etwas erwähnt, was du nachhaltig fragen wolltest. In der Bar? Als ich gefragt habe, ob du einen Trinker war? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß, es ist nichts von mir. Ich trinke schon ab und zu gern was. Ich kann mit jemandem, ich kann mit jemandem, der nicht mit Alkohol umgehen kann, anfangen. Ist es sicher für dich, gegenüber so einem Ort zu wohnen? Es waren schreckliche Nachts. Aber Constable Reyes ist gerade auf der Straße. Sie bleibt eine ordentliche Stadt. Wo du so gut. So dann gehen wir mal da. Und die andere andere. Einfach abgeschlossen. haben wir ja gut und dann haben wir ja geschlossen 1 2 3 4 5 6 question haben wir den ersten planeten jetzt erledigt über wie der tür haben etwa gekehrt nichts davon hätte ich ab das gleiche zu tun und so you came along i never thought i had the choice i want to ask you something and you can say no but can i come with you i could tend to your engine i know my g-vowels from my catalyzers and i can keep your ship singing and if you ever need a pair of eyes watching your back i can do that too nämlich gerne mit der bühne aus bleiben alles gut na alles gut na wo kommen wir auf teppich gut okay haben wir ihn ja ich habe eine geerregulator ja ich weiß was ich tue okay dann komme ich wieder na gut dann gehe ich da mal hoch und mache das mal fest so ada oder ada ich habe eine geerregulator eingebaut ich bin vorbereitet um die unreliable in zu low altitude orbit das sollte einen adäquaten test unserer flachfähigkeit lass uns schon nie verschwinden We have received a communication request von Dr. Phineas Wells Wir haben ein bisschen schwindelig, außerdem kann ich die Zeit verlangen Oh, das, ja, das ist wahrscheinlich permanent Ich würde mich nicht überraschen, aber ich bin sicher, dass du gut bist Ich würde mich nicht überraschen, aber ich würde mich nicht überraschen Was du gesehen, in Emerald Vale, ist passiert, all across the colony Food shortages, lack of supplies, and basic necessities We are dying, the chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame The hope has some of the brightest minds earth ever sent us If we can revive the hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes They can help us set things right You need to get to Stellar Bay on Monarch I have contacts there, they'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the groundbreaker She can get you a navkey to land on Stellar Bay Wann brauche ich, äh, wann brauche ich einen Navigationschlüssel, um auf einem Planeten zu landen Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless You'll love it Captains don't fly their own ships, you see Your navigation terminal handles the, you know, navigation Think of a navkey as a set of flight instructions The board's been confiscating navkeys for Stellar Bay So we must rely on unconventional means of acquisition Hence, Miss Gladys Culkelly Äh, die Schwarzwaldhändlerin Gladys and I have been doing business for years Her smuggling credentials are unimpeachable If anyone can get you a key to Monarch, it's her I don't like to work with a KMN 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 Without a skip drive? Good luck You'll be dead before you make it to the nearest star Look, I admire your optimism But the sad truth is, you're stuck here You, me and the rest of this colony We're all skating precariously around the edge of oblivion together None of us are leaving Halcyon alive, so We may as well make it a better place And we can start by reviving the hope In Ordnung Dreh ich halt mit dieser Gleides Excellent, I'll send her a wireless Let her know you're coming By the way, I gave Captain Hawthorn a disguise apparatus of my own design Cutting edge technology, years ahead of its time I call it the holographic shroud I'm sure it will prove remarkably useful to you You'll find it in the Captain's quarters Dreh ich bestimmt irgendeine Verwendung, danke Excellent, I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay If you have any questions, come see me in my lab And remember, don't trust the board They'll try to win you over with promises of wealth and power But it's a lie The board's only interested in filling their own pockets If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground Transmission ended If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal Verstanden Ja, gut, Leute, da würde ich aber sagen, wir da bei der nächsten Folge weitermachen Ähm, ja, und beim nächsten Mal, oder wir können uns vielleicht noch einen Holomantel holen Das können wir einen Holomantel machen Na gut, verdient Das ist der Verwirrung der Holomantel Holomantel produziert eine Verkleidung, die dir über deinen Begleiter Zugang auf Sperrgebiete gibt Solltest du bei einem passenden Auswertmodul verfügst Wer will dann sonst nicht vertrauliche Person Person nicht zu betreten So wie der Handlung wird bedarf in Gewaltwerk Ah, okay Weil wenn man 9.000 bekommen, muss ich das immer geholt habe, ey Das ist ja Also, man wird hier schon zu geschossen Gut, das machen wir beim nächsten Mal, am nächsten Mal lesen wir dann scheiße Okay, dann müssen wir mal Beim nächsten Mal lesen wir dann den ganzen Entferntet schon mal Äh, ja, und beim nächsten Mal machen wir ihn hier weiter Mit Let's Play The Outer Worlds Ich hoffe jetzt gefallen Bis dann und rein Euer Pirates Bis nächste Folge Tschüss Und nicht aufheben Bis dann